Die Stadtbäckerei Schacht begeistert täglich mit traditionellem Backhandwerk. Der alteingesessene Familienbetrieb backt seit 1878 bis heute unter Verwendung hochwertiger und frischer Zutaten immer noch selbst. Besonders beliebt sind die Schrippen, Winkelbrötchen und Würzlinge. Auch die vielen Brotsorten wie Gassenhauer, Heliantos oder das bullige Körnerbrot werden jede Nacht von den Bäckern aus hauseigenem Natursauerteig frisch hergestellt. Zusätzlich gibt es köstliche Kuchen und Schnitten wie den weitbekannten Butterkuchen. Auf Wunsch werden auch individuelle Torten für verschiedenste Anlässe hergestellt. Zur Stadtbäckerei Schacht gehören sechs Filialen in und um Ahrensburg, in denen Sie auch köstliche Snacks erwerben können. Schulen, Krankenhäuser und Hotels wissen die Leistungen ebenso zu schätzen wie zahlreiche Firmen, die den Lieferservice der Stadtbäckerei gerne für Veranstaltungen nutzen.